Pigmentflecken, es gibt jetzt eine Möglichkeit, sie loszuwerden. Das erste Mal habe ich so im Jahr 2015 die Pigmentflecken entdeckt. So eine richtige Lösung gab es da nicht. Hey, da gibt es was, damit ihr die Flecken wieder loswerden könnt. Ich habe zu mir auch wieder zurückgefunden. Ich bin wieder mehr ich selbst geworden.